Ja, jetzt kommen wir weiter in die Siedlung. Wo laufen wir jetzt lang? Ich glaube, wir laufen hier hoch. Ja, schluck auf. Ein Gebäude, was noch leer steht. Wie viele von denen hier, weil die einfach nur erstmal so als Fassade dienen, dass wir so eine Art Siedlung halt haben. Das wird alles später noch gemacht. Wie gesagt, das sind wir auch so, ich möchte nicht sagen Larifari, aber wir haben halt wirklich Bock gehabt, eine Siedlung zu bauen. Die ist auch durch Gemeinschaftsprojekt entstanden. Und hier steht wirklich alles noch leer. Ist halt nichts Besonderes. Ist nirgendwo irgendwas drin. Das sind einfach nur Häuser, die zum späteren Zeitpunkt halt wirklich bewohnt werden sollen. Beziehungsweise erstmal vollständig gebaut werden mit Inneneinrichtungen und so. Von der Seite war es das auch schon. Dann geht es halt hier noch hier lang. Hier runter. Das ist ein Gebäude. Da sind wir jetzt auch noch nicht sicher, was das genau werden soll, aber es hat eine gute Sache. Es hat nämlich eine... Achtung. Genau, eine Redstone-Tür. Noch in eins durchgehen. Von innen und außen gibt es den Eingang. Da mache ich jetzt aber nichts auf, um zu zeigen, wie das geht. Das können wir später machen. Aber das ist auch nichts Besonderes eigentlich mit Redstone, die Tür. Wie gesagt, wenn man das halt nicht weiß, wie das geht. Und dann mit Redstone kennen wir uns alle noch nicht so mega aus, weil da kann man wirklich ganz karte Sachen mitmachen. Ja, da können wir auch dann später dazu. Wenn wir das hier wirklich weiterspielen sollten, großartig. Für das Let's Play unter anderem auch. Also wir werden Microsoft auf jeden Fall sowieso weiterspielen, wenn wir privat drauf Bock haben. Ob wir das als Let's Play auch gleichzeitig machen, das ist eine andere Frage. Das ist halt der Punkt, wo wir noch am Debattieren sind quasi. Weil wir viele andere Ideen und Projekte haben, die wir in den Vordergrund stellen möchten auf diesem Kanal. Hier sind dann auch noch mehr Häuser. Alles noch nicht mit Innenanrichtung versehen. Sieht alles nicht besonders aus. Aber diese Ecke hat sich halt perfekt geeignet für eine Siedlung. Und deswegen steht hier auch eine jetzt. So, hier können wir auch nochmal rum. Hier waren wir gerade. Hier hoch konnte man nochmal. Dann gehen wir erst hier hoch, genau. Hier kann man nochmal lang. Überall Zugang zu den Häusern. Hier ist noch ein Eingang. Das ist ein zweites Stockwerk. Und für mich ist das gerade echt dunkel, das Spiel. Denn draußen scheint hier richtig die Sonne. Das ist noch ein wunderschöner Morgen, den wir hier gerade haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch gerade ist. Hier ist auf jeden Fall gerade ein wunderschöner Morgen. Schon ein prallender Sonnenschein. Und deswegen blendet das hier ein bisschen. Das Spiel wird extrem dunkel dadurch. Deswegen. Ich werde jetzt auch nichts höher stellen. Wird ja eh gleich wieder Tachy in Minecraft. Deswegen. Ja. Alles immer ein bisschen unterschiedlicher gebaut. Auch von den Materialien. Sei es jetzt halt die Wolle da drin. Als Teppich. Oder von außen die Steine. Inklusive das Dach. Mit den Ziegeln. Etwas unterschiedlicher gebaut. Und so, jetzt kommen wir zu einem anderen Gebäude. Was schon, äh, fertig ist. Denn, äh, hier residiert der Dennis. Jetzt war er sich auch gedacht. Ja, er baut sich auch mal eine, äh, bläh, bläh, bläh. Er baut sich auch etwas eine, etwas modernere Bude. Gott, heute ist echt Tag der Versprecher. Ohne Scheiß. Das ist, das war vorhin schon so. Bei etwas anderem, was ich aufgenommen habe. Was es ist, oder was es war, werde ich natürlich noch nicht preisgeben. Ähm, ähm, ja. Das ist halt seine Bude. Von da Dennis. Ist meine Maus eigentlich zu langsam? Nein. So, hier geht es halt, hier waren wir schon. Hier geht es nach hinten raus. Jawohl. So, hier entlang kommen wir später. Da ist ein ganz spezieller Ort. Hier hinten haben wir aber noch etwas, äh, von hier. Gibt es, glaube ich, lange, ne? Auch von einem weiteren Gast, den wir auf dem Server hin und wieder mal haben. Nämlich dem Bruder vom Dennis. Dem lieben André. Der hat dieses Haus gebaut hier. Ist doch echt eines der schönsten, muss man nicht mal sagen. Wenn man hier so mal jetzt rumfliegt und lang guckt. Ähm, nach welchem Schema die gebaut sind. Oder nach welcher Architektur. Ähm, viele davon sind von mir entstanden. Ja, ich weiß. Premiumhäuser. Unter anderem, ne, das nicht. Das hier, ne, das auch nicht. Oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich das hier gebaut. Das. Ähm, das dort. Das hier, das weiße. Das ist echt eines der schlechtesten. Ich weiß. Ne, so ein, weiß nicht. So ein Steinkasten einfach hier hingestellt. Und das hier habe ich gebaut. Das. Also ich habe, glaube ich, die größte Siedlung hier gebaut. Den größten Teil der Siedlung. Und, äh. Unter anderem auch das hier. Das Moderne. Oder war ich das? Das habe ich mit wem anders zusammengebaut. Genau. Mit dem anderen Gast. Auf diesem Server. Da hatten wir echt ein paar Leute hin und wieder mal, die mitspielen wollten. Nächtliche Sessions. Die haben echt Spaß gemacht. Und waren sehr lustig. Haben wir nur keine von aufgenommen. Leider. Ja, also manchmal bereue ich das wirklich. So manche Aktionen, äh. Das wäre echt ein Brüller gewesen. Auch für vielleicht andere Menschen. Ja, wie gesagt. Das ist vom Dennis entstanden hier. Sind wir falsch? Hier ist nicht der Eingang. Hier ist der Eingang. Genau. So. Bitte spenden. Sonst öffnet sich nicht die Türe. Ja. Da hat er ganz einen rausgehauen. Der, äh, der André. Ich wollte schon Dennis sagen. Bitte spenden. Was packt man denn hier sonst so rein? Was machen wir denn mal? Hier. Hier. Ein Schleimball kriegt er. Ach, geht jetzt nicht. Kann ich nicht fallen lassen, oder was? Oh, kriegt er halt. Ey. Wie bitte? So. Jetzt sind wir drin. Gleich einen Kamin direkt. Wenn du reinkommst. Schön mollig warm bestimmt. Kleines Küchenareal. Warum sag ich immer Areal? Klingt blöd. Mit Real verbinde ich nicht so viel. Aber Areal ist ein tolles Wort, glaube ich. So, hier soll ein Keller entstehen. Ach, guck an hier. Ja, da kommen die Dinge raus. Was ein Bierlappen. Er möchte ja noch Sachen bekommen, dass man sein Haus besuchen darf. Obwohl der Keller noch stockenloser ist. Für Licht reicht es dann doch nicht, was die Leute so spenden. Was war das? Eine Treppe ins Nirgendwo. Aber ansonsten wirklich echt eines der schönsten Gebäude. Hier ging es, glaube ich, nach oben. Genau. Schauen wir doch mal. Ah, okay. Das Bett, genau. Mit Ausguck. Auf den Kamin. Ja, recht schick. Wollte ich halt schon sagen. Heraus kommt man ohne Spende. Ja. Das ist halt eine Siedlung. Jetzt können wir eigentlich direkt daneben das Gebäude machen. Ach so, jetzt haben wir gar nicht hier geguckt. Ach, ich musste schon wieder aufschossen. Tut mir ja furchtbar leid. Ähm. Ja, hier noch einen kleinen Pool halt. Und schon ein Sprungbrett. Hui! Ah, negativ. Hammergeil. Ne, ist echt super gemacht. Also, das mit dem Pool baue ich auch persönlich sehr gerne. Ähm, irgendwo hatte ich, glaube ich, auf dieser Welt ein Haus gebaut mit Pool innen drin. Ich weiß nicht, war das schon das hier? Nein, ich glaube nicht, wo ich mitgeholfen habe. Ne. Dann dieses Haus ist durch den, äh, durch die sehr geilen Gedanken eines Kollegen gekommen. Das hat er sich ausgedacht, das Haus. Und da habe ich natürlich direkt mitgebaut. Ich habe auch noch ein modernes Haus gebaut. Komplett alleine. Das ist, befindet sich auch auf dieser Insel. Ist aber weiter dort, in diese Richtung, wo wir gleich hinkommen werden. Dort führt zum Beispiel diese Straße dahin, die wir da hinten schon gesehen haben. Wo ich sagte, da kommen wir später zu. Ja, hier ist auch so eine Küche. Küchenecke. Hier hat eine dicke Couch. Ein dicker Fernseher muss sein, natürlich, ne? Gehört in jede Wohnung. Da geht's nach oben. Die Idee fand ich super, dass man irgendwie so runtergucken kann. Und wenn man oben steht und zum Beispiel hier Besuch kommen, kannst du von oben direkt runtergucken. So, was war hier? So, hier wirklich ging es nach draußen. Genau, hier sollte so eine Art kleine Terrasse, wo du auch dann hier schön dem André winken kannst. So, da ging es dann nach oben noch hier. Genau, hier war noch nichts, aber hier war, glaube ich, Schlafzimmer. Genau, ein Riesenbett hingestellt. Da kann man nicht drauf pennen, aber es sieht einfach gut aus. Unsere ist realistisch halt so ein ganz kleines. Muss man einfach mal sagen. Ja, von hier hat man auch eine relativ gute Aussicht, oder? Das ist jetzt hier nicht so toll, aber da kommen wir gleich noch zu. Da gehen wir als nächstes hin. Das ist nämlich ein Lokal. Also eins der Gebäude, die hier stehen, die auch wirklich schon ausgebaut sind von innen. Da kommen wir nicht so hin, da kommen wir so dicht rum. Da gehen wir hier lang. Auch noch nicht völlig fertig. Der Kollege hat dann auch ja, relativ schnell keinen Bock mehr gehabt. Weil ihn ein anderes Spiel angefickt hat. Muss man einfach so sagen. Angefickt. Bei dem war echt Minecraft nur so von kurzer Dauer eine Begeisterung. Ich weiß gar nicht, warum. Das kann ich persönlich gar nicht verstehen. Oder hinten geht gerade die Sonne auf. Minecraft ist ja sowas mit hohem Suchtfaktor. Und so war das für mich zumindest in der ersten Zeit Minecraft kennengelernt. Früher echt gar nichts von gehalten. Da habe ich das noch so lächerlich gesehen. Wobei lächerlich ist auch ein starkes Wort. Ich habe das eher so belächelt, das Spiel. Und dachte, das ist was für kleine Kinder, die noch in der Schule sind. Jugendliche von, weiß nicht, bis 14, 15 Jahren vielleicht. Ist das interessant. Bis ich mich dann selber mal drangesetzt habe. Und dann habe ich gedacht, wow, das geht ja viel tiefgründiger, das Spiel. Während wir hier den Sonnenaufgang betrachten. Das soll es aber auch sein. Sonst ist ja nicht hier Let's Sonne. Let's Show Sonne. Sondern wir haben noch eine ganze Menge. Ich meine, das Video geht jetzt auch schon eine Weile. Davon wären mehrere Teile kommen auf jeden Fall. Ich möchte hier kein Video, was über zwei Stunden geht, hochladen müssen. Für die Leute, die natürlich alles in eins gucken, sehr interessant. Ohne Unterbrechung weiter zu schauen. Aber im Aufwand für mich als entwickelnden oder produzierenden doch schon aufwendig. Ja, hier mussten wir eine Menge Wasser beziehungsweise haben wir das hier irgendwie alles gesprengt. Und dann haben wir versucht, mit Wasser aufzufüllen. Also super gelungen, wie man sieht. Mit dem Plug-in könnten wir das natürlich jetzt schneller machen. Da war aber noch jemand zu faul, denke ich. Also wir alle quasi. Alle waren da zu faul für. Weil wir, wie gesagt, das ist wirklich kein Scherz. Ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt mittlerweile auch schon zum wievielten Mal, keine Ahnung. Wir haben wirklich eine ganze Menge hier am Start. Und es ist wirklich so, du fliegst von einem Ort zum anderen, um da und hier immer weiterzubauen, weil du das noch siehst. Zum Beispiel das hier. Aber wir wollten ja hier reingehen. Das ist kein Quatsch, da bin ich da auch schon wieder fast vorbeigelaufen. Mein Gott, dieser Junge. Ja, ein schönes Lokal mit schönen großen Sitzplätzen. Mehr für Gruppen geeignet. Was in Lokalen aber nicht unüblich ist. Hier kann man halt bestellen, reservieren. Ja, schön. Hier kommen wir zur Küche. Und da muss ich erstmal dazu sagen, wenn es jetzt etwas komisch aussieht, dafür gibt es ein extra Resource Pack, wie man neuerdings ja sagt. Was dann echt nach Küche aussieht. Also das hat dann richtig Texturen von einem richtigen, von einem richtigen Herd, von einem richtigen Kühlschrank. Das hier hinten sollte nämlich, nämlich mal ein Kühlschrank werden. Da waren dann auch Texturen dran. Dementsprechend kommt das dann wirklich nach Küche aus. Da hat man sich dann wirklich wie in einer Großküche gefühlt, wenn man schon mal einander war, so wie ich. Und, äh, ja, so sieht es jetzt etwas unspektakulär aus, muss man einfach so sagen, aber, ja, Küche. Also gut wie möglich nachgestellt für meine Verhältnisse. Das habe ich auch alleine gebaut, hier das Ganze. Hier ist es halt, Kühlraum, Kühllager, gleichzeitig Vorratskammer. Und, äh, ja, das war auch schon das Lokal im Grunde. Und das war somit das Erste, was mich dazu bewegt hat, überhaupt eine Siedlung zu bauen. Denn, äh, wenn es ja ein Lokal gibt, dann muss es natürlich auch eine Wohn-, ja, eine Gemeinde dahinter geben. Viele Einwohner haben hier in der Nähe natürlich. Und, äh, ja, kommen wir jetzt, kommen wir direkt mal darüber. Da stehe ich die ganze Zeit schon so ins Auge, wenn wir hier vorbeilaufen oder umherfliegen. Gucken wir doch mal hierzu. Hier sehen wir gerade schon wieder den Viertelsticks. Der ist leider nicht ganz gerade. Oh, das ist aber schade. Aber ihr habt ihn ja vorhin schon ganz gesehen. Ähm, ja, Gay steht da. Ähm, auch immer dieses Gesicht dahinten, diese Fratze. Ich kann sie nicht mehr sehen. Boah, ich rache so aus, wenn ich den sehe. Ähm, ja, Viertelsticks. Und zwar kommen wir direkt dazu. Das ist so eine Arena sein. In der großen und ganzen Shoot Area. Da haben wir VIP-Plätze für Zuschauer. Da kommen wir auch noch später hinzu. Und da kann man hier halt so stehen und sich das Ganze angucken. Und was kann man sich hier angucken? Dazu kommen wir jetzt. Und zwar kommen wir jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020